Pretty Nail Shop, jedes Mal ein Päckchen Glück Hallo und herzlich willkommen beim Pretty Nail Shop 24. Ich heiße Lara und ich zeige Ihnen heute das niedliche Green Monster Halloween Motiv. Alle in dieser Nail Art verwendeten Gele werden nach dem Auftragen für 2 Minuten ausgehärtet. Zuerst fertigen Sie Ihre Modellage an und feilen Sie in Form. Anschließend wird auf dem kompletten Nagel das Make-Up Gel Natur aufgetragen. Mit dem Jolifin Farbgel Neon Grün malen Sie jetzt die Monsterform auf. Dazu tragen Sie das Gel von den Nagelrändern zur Nagelspitze auf und zeichnen in die Mitte eine Tropfenform. Modellieren Sie den Aufbau Ihres Nagels mit dem Fiberglas Gel. Feilen Sie überschüssige Gelreste ab und raunen Sie den Nagel an. Geben Sie jetzt die Jolifin Kreativ Malfarben auf die Kreativ Mischpalette. Umranden Sie die Monsterform mit der Malfarbe Schwarz und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Das Monster bekommt ein Auge, das mit der Malfarbe Weiß gezeichnet wird. Die Pupille malen Sie mit der Malfarbe Karamell. Das Auge wird schwarz umrandet und auskonturiert. Die Slime-Tropfen werden mit der Malfarbe Smaragd ausschattiert. Zum Schluss werden mit der Malfarbe Weiß noch Akzente gesetzt. Nachdem die Farben getrocknet sind, versiegeln Sie den Nagel mit dem Versiegelungsgel. Entfernen Sie zuletzt die Schwitzschicht mit einer Zellette und viel Cleaner. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachmachen. Ihre Lara Sie sehen uns aber viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.